WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Es war nicht gut. Ich dachte, dass ich mich entschuldig bin und dass es noch ein paar Menschen gibt, dass es noch mehr gibt. Ja, es war gut, aber mit den Hübschern war es ein bisschen schwer. Ich konnte nicht so spielen wie ich konnte. Das war's. Wir gehen von Partido zu Partido. Wir können nicht in die Asunas oder Partido spielen. Wir müssen erst in der Gesellschaften versuchen, einen Punkt zu gewinnen. Wir wissen, dass es schwierig wird, wie jeder Partido. Aber wir müssen 100% gewinnen und versuchen, zu gewinnen. Wir sind nicht in der Situation, und wir müssen alles geben. Wir haben einen großen Problem. Wir sind unten, und wir sind nur konzentrieren im Fußball. Was von draußen passiert, ist das nicht wichtig. Wir müssen uns erst zu retten. Dann werden wir über die Schulden und alles. Ja, wir gehen durch ein bisschen schwierig. Das ist die Wahrheit. Aber wir sind jetzt mit mehr Hoffnung und mehr Willen. Wir wissen, dass, wenn wir zwei oder drei victorien, wir gehen nach vorne. Und das ist so, in der Gesellschaft zu denken. Ich glaube, nicht viel zu denken. Ich möchte nicht darüber sprechen. Wir haben darüber gesprochen, über den Fútbol und über die nächsten Partido. Wir haben uns gewonnen, das ist wie wir gewonnen haben. Wir wollen, dass wir uns qualit was. Wir haben die Grundstück, wir sind so für sich, und wir sind es eigentlich mehr wichtig wenn du in der Situation dieser Situation. Ich glaube, dass wenn wir das nächste Spiel gewinnen, wird das Team größer werden und es wird für die Zoll. Ja, es muss mehr sein. Du hast recht. Wir haben einige ersten Parten gut und die zweiten Parten nicht verloren. Aber wir arbeiten. Wir arbeiten jeden Tag, jede Woche, in der Woche, und ich glaube, dass das nächste Woche nicht passieren wird.